hallo leute heute macht schon mal ein neues video und zwar blogger ich hab von da aufgehört wo ich das video beendet habe das letzte paar zwei meine kommentare sind voll also ich gucke immer leid nice digger willst du mir schon fehlen warte mal kamera soll ich das ja schon eine kamera was kann ich mir holen was ist das? was ist das? wie sieht das aus? ganz normal aber was ist die kamera ich mach jetzt eine video ins kappen oh man ich weiß nicht wie ich das angucken muss ja äh ja äh äh ich werde mit einem neues projekt anfangen und zwar minecore ich weiß nur nicht ob ich das alleine oder am zweit oder am zweit spielen werde deswegen warte ich noch bis ich das anfange ja jetzt mal muss das video nicht zu ende sein? jetzt ja ok ja Kaffeebücher Kaffee Kaffee b hä? umso dass ich dann noch ein kaffeebücher nennen den benutze ich nicht die warte bis zum nix en video Kommentare Like, Like Like, Like Dislike Like, Like, Like Like, Like Scheiße Das zweite Mal, dass mir schon sowas passiert Ich verbessere jetzt meinen PC Bis ich nicht mehr kann Was ist da los? Was wird kaum besser? Ich bin fast fertig mit dem Video Bei Vlog also Mal gucken, was für Menschen es gibt Also ich hab den hier Den will ich nicht Will ich nicht Kann ich frei haben Kann ich auch frei haben Okay, das kostet 30 Ich werde sparen Auf Auf dem Zombie hier Ja, auf dem Zombie Oder nein Nein, 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 nein Der sieht nicht so geil aus Ich werde noch gucken Wie der aussieht Okay, das stimmt Fuck Ja, ja, ja Das tut mir so lange Oh, wir machen doch nichts Das ist mir so gut, die Also ich bin mir so gut, die Fertig mit dem Video Ach ja Meine Likes und Dislikes Nur so viele Likes Nur in den letzten Momenten kommen Dislikes Nur in den letzten Momenten kommen Dislikes So Mein Video ist schlecht Und Ja, das ist Ich Gott Okay, ich hab ne Krone Freigeschaltet Hi Mal gucken, wie viele Abonnenten Ich hab ne Krone Oh, 316 Ich hab schon 5 Videos Wow, dieses Video hat 4.000 Auf jeden Fall Okay, Leute Ich würde mal sagen Ich will nicht im nächsten Video Das war Part 3 Wir sehen uns Bye, bye